Musik Sind alle bereit? Ja, noch alle die Ausrüstung brauchen. Ich danke sie. Die Hose, kannst du schon dicke Haut nehmen? Nein. Ich glaube sie noch nicht. Okay. Also. Los. Commander Shade. Also. Jetzt sind alle zusammen. Die Hose Cafeteria. Moment, ich will noch rast aufs Bänkchen chillen und mit dem ein rauchen. Warte, komm. Ja, reicher werden. Ist auch cool. Die Hose Cafeteria. Schocki. Balkon. Ich mache den Springer. Und. Der Omygarden Drill Room. Ah, jetzt. Oh, knappe 5 Leute in der Cafeteria. Wenn ich zwei holen will, das Firmite. Ich renne, nein, wo ist der Bankmanager? Der Bankmanager, der der am nächsten Bankmanager ist. Und der Springer. Ähm. Reihenfolge. Sicherheitsleute. Kameras. Geiseln. Ja. Okay. Ja, aber nicht ins Büro rein gehen, wenn er drinnen ist. Er fährt sofort an. Ah, dort unten ist er. Dort unten ist er. Er ist bei der Erspitierdose. In der Cafeteria. Ich sehe, wo er scheint. Aha. Also, ich komme ihn holen. Moment, rasch. Moment, rasch. Jupp, ich bin ready. Steht ihr gut? Jupp. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier ist noch einer. Okay, bei mir sind die Kameras down. Eine Wache habe ich noch. Cool. Mir ist alles cool. Tobi, kannst du den Driller holen? Jupp. Kann ich machen. Ich nehme mal hier, wo ich zwei, drei Geiseln. Mhm. Geiseln konnte ich noch gar keine nehmen. Ich versuche dann im Server-Raum... Äh... Halt, weisst du, dort ein Ding. Äh, das zweite Thermite. Wer nimmt das? Kommen. Okay, ich ranne. Gehen wir down. Kameras down, ja. Drill wird platziert. Ich habe ihn vergessen. Also, 240 Sekunden, 6 Minuten. Oder? Ja. 4 Minuten. Äh, was? Egal. Immer schön daran denken, solange wie möglich schalltämpft bleiben. Voll. Ah, Schocki, du hast den Zivilist getötet. Nein, ich. Das war knapp, ich bin ich gewesen. Oh. Hallo? Entschuldigung, er hat auf die Schocki-Ziele. Haha. Mit einem Bleistift. Die Bullen kommen. Die Bullen kommen. Okay, we have a hunter unit to get the civilians out of there. Let them know us in charge. Ah, sind Zivilisten befreit. Wo hat's noch? Wo hat's noch? Er ist gleich. Sie sind begeistert, so viele haben wir gerade noch nie gehabt. Oh, Scheiss, ich habe keinen einzigen genommen. Gut, ich kümmere mich um das Security-Footage. Stosse, schaust du, sie kommen wieder durch die Schiebe bei dir. Mhm. Jetzt gang nieder. Uh, Schocki, geht's? Yay, yo. Denkt daran, keine Ammo-Bags droppen, solange es nicht richtig schallt. Ja. Jedes Mal, was mir passiert ist, ist es eigentlich ein Fair-Knopfdruck gewesen. Hahaha. 150 Sekunden noch. Sturmangriff. Der schiesst irgendwo noch einen auf mich. Er hält mich ein wenig unten, es ist mühsam. Ein Scharfschütz. Ja. Wo ist er? Er ist nicht bei mir, er ist nicht bei mir. Oh, Juggernaut. Heimann. Der ist der Fall. Der ist der Fall. Der ist der Fall. Achtung, Tose. Oh, Tose, geh nach oben. Sie kommen durchschnittlich bei dir ins Innen. Ja, zurückfallern. Woh? Drill ist jammed. Deg rauf. Ich liege am Boden. Tose, hilfst du mir gerade? Zu deinen Füssen. Er liegt zu deinen Füssen, weil du zu Schweissfüssen hast. Noch etwa 2 Minuten. Fertig, Juggernaut. Noch etwa 2 Minuten und achtet euch auf die blöden Cloaker. Ja genau, schiesst du mit der Stroblinten ins Gesicht. Guck, ich habe auch einen zivilischen Fürst. Ich kann nicht mehr viel Munition haben. Ich muss anladen. Ich habe den Sniper immer noch nicht getan. Ah, die sind so übel. Zum Glück kenne ich den Level schon ein bisschen. Der Sniper sitzt viel bei den Autos vorne. Ja, auf dem einen Dach halt zum speziellen. Oh, ich kann Munition mit dem Gewehr. Okay. Ich hilfe dir fleissig. Ich hoffe einfach die Sniper kommen noch nicht rein. Ich habe noch 54 Schuss. Wie ist bei euch Status? Alles cool. Cafetria ist nur nichts. Okay. Ah, Drill ist jammed. Schnell, schnell, schnell. Los. Mann. Es geht so lange. Können wir einen Long Drop machen? Ja, soll ich wohl einen machen. 65. 65 Sekunden. Wir müssen eh gleich rein. Soll ich da vorne einen machen? Wir haben eh genug. Ich mache vor dem Tor einen. Ich habe noch 22 Schuss. Komm runter, Schocki. Ich habe bei mir vor dem Tor. Wow, es sind zwei Sniper bei dem Auto. Schocki, komm runter zu mir. Ich habe zwei. Ja, mach schwind. Ich halte durch. Das ist ein bisschen. So gut es geht. Oh shit, Sniper sind... Oh shit, ich habe... Sie haben Geiselbefreier losgeschickt. Okay. Keine Munition mehr. Ich muss runterkommen. Ja, los. Gut, die Hose auch langsam. Also die Schötte hätte ich aber... Ja, sie ist eh gleich fertig. Jetzt geht es gerade in 20 Sekunden. Maximal. Go, go, go. Ok, ok, ok. Wo ist ihr letzt? Hm? Letzt. Ja, das würde ich vielleicht nicht machen wollen. Gut. Los, rein. Innen. Braucht noch jemand Rings? Munition? Ok, nein. Schlechte Idee. Jetzt Munition holen. Schocki, komm zurück bitte. Es ist offen. Ein Heli ist gerade bei dir da reingeflogen fast. Ah, die wollten wir als Geisel nehmen. Aha. Warte, ich probiere es. Wie machst du? Es kommen schon die ersten. Es kommen schon die ersten. Du kannst ihn runter schlagen unter anderem. Das wird eigentlich schon lange. Weisst du? Nein, er ist trotzdem tot. Ok, das erste Thermite ist platziert. Gut, Ammo Bag ist gelined. Müssen wir echt auf die Screens schauen oder nicht? Nein, nein. Oh, ich habe Thermite. Kameras haben wir alle, oder? Ja, ich war gleich noch mal am Checken. Oh, Smoke. So müssen wir den Smoke haben. Ist nicht der Raucher hier in dieser Bank? Die Lifts sind offen. Ah, nicht. Mal einen. Sind ihr zwei dort? Ist das cool, oder? Zwei Lifts offen. Beide hinten. Joggernaut. Uh, FBI. Uh, Level 17. Upp, er ist down. Goddammit. So. Musst du den Ammo holen? Dann machen wir den Ausdausch. Jep. Die Schröpflein sind doch so geil, wenn du deinen Rhythmus hebeln. Haha. Ich stösse einfach mal wie wild raus. Oh. Oh, das stört für die Genauigkeitsbonus. Ist mir doch gleich. Ich will Geld mitnehmen, man. Ich will nicht. Pünkt machen. Oh, Schild, 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 Schild. Gut zurückziehen. Taser. Taser. Haben sie taseredet? Kommt zurück, Alter. Ja, ich habe taseredet. Wow, wow. Was ist das? Bist du in real life taseredet? Ich glaube es. Alter, ich kann nichts machen. Ja, ich bin da auch. Ich kann nichts machen. Es ist alles von Smoke. Es ist ein Schild dort im Gang. Ich habe ein Schild zum Schild. Hanen, 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 Hanen. Renn einfach weg, dann. Es sind drei Schild. Los, los, sie taseredet wieder. Weg, 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 sie taseredet wieder. Taseret. Ich muss die Ammo holen. Da ist, neben dir Tose. Tose, rechts an dir. Puh. Nein. Jetzt hat er mich. Ich muss Munition haben. Lass ihn vorne kommen. Der hat nochmal einen Taser, eh? Ja, wir müssen ihn vorne kommen lassen. Ich gehe wieder hinter den Bastard, eh. Achtung. Kannst du da durchschiessen? Nicht, oder? Nehmen ihn. Ah, der Rebi wieder. Scheisse. Ich habe irgendetwas getötet. Für Schild weg. Ich balle dir einfach mal nach vorne, eh. Ist gut, bist du frei? Ja. Yeah. Ja. Wie lange geht's, Thurman? Tresorraum. Ich gehe Cash holen. Gut. Keine noch. Ja, mir trotzdem. Wer will reich werden? Ich gehe einen allein holen. Ich muss vier Taschen tragen, meine Güte. Wo siehst du den Liftraum? Ja, es geht so lange. Juggernaut. Fertig Juggernaut. Nein, ich brauche hier noch jemanden mehr. Egal. Ich behalte ihn ein bisschen mehr für mich für das Tragen. Ich schaue, dass Dobi frei wird. Ja, das ist auch gut. Wieso geht hier die Tresortüren auf? Weil du fertig bist mit Geld zusammen. Nein, bin ich nicht. Ja, dann kommt es in diesem nächsten Ur. Aber es kommen keine Gegner runter. Ja, ich hoffe es nur. Letzter Dings. Also, jetzt noch zweimal. Aber ich kann wahrscheinlich nicht schnell rennen mit vier Taschen. Du, nicht schwierig. Leck. Bin ich stark. Da nehme ich eine. Die gebe ich keine in die Hose. Los, los. Los, 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 los. Kommen. Schild. Ich hole das Schild. Ich habe zwei Schilde. Ich hole den. Ich hole den. Wir hätten ihn holen und ich ist bei den Trafik gerannt. Ich habe einengeholt. Die Hose. Komm, runter. Rennen. Rennen. Jetzt ist es nicht. Haha. Okay, C4 platzieren. Noch ein dritter, bereit machen zum Wegrennen. Weg, 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 weg. Und rennen. Wer hat den Schraubel? Oh, Juggernaut. Juggernaut. Nein! Hast du gesehen, wie deine guten Kollegen rennen? Was sagen Sie? Los, 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 los. Underground, now. Right! Straight ahead! Straight ahead! Woohoo! Cash! Deck! Woohoo! Sehr schön! Wow, der Runekräger ist abgegangen. Vor allem als Letzter, meistens außer Gefecht gesetzt. Ja, voll. Das sind 14 Minuten. 850, voll genial. 14 Minuten, ja cool. Getötete Zivilisten, zwei. Das nächste Mal machen wir es auf... Schwierig. Machen wir es auf ultraschwer. Locker. Ich war der ganz links. Welcher waren ihr? Ich bin der Wolf. Welcher ist der? Ganz rechts? Mit dem roten Fressen. Ah, ich habe die schwülste Klonmaske, sorry. Ich habe die Geist. Ich habe die Geist.